Ok, der HE-Schein ist richtig gering, gerade auf der Iowa. Ich treffe nur die Aufbauten irgendwie richtig und die sind alle schon ziemlich angeschlagen. Wir haben aber einen Kurfürsten vor uns und wir haben Reload-Booster ready. Wir bleiben jetzt genau hier drin stehen erstmal. Komm, Standard nach, man. So, 12.000, Nummer 1. 12.000, Nummer 2. 12.000, Nummer 3. Vielleicht 12.000, Nummer 4. Nur 3.000 noch, schade. Ähm... What? Er will die Torps raushauen. Er sagt mir Gegnerische Kreuzer gesichtet, bevor er überhaupt rendert es hier. So ein Feuerball, Junge! Bomb! Was machen die Leute? Was ist los mit denen? Ich spiel nur noch um die Uhrzeit. Wir stehen für diesen Feuerball. Er sagt mir, wenn es los geht. 170.000 Schaden, Leute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die kommen alle vorbei, um sich eine in die Fresse abzuholen. Das ist echt so, Mann. Hey, Tobi.